Jetzt geht's los. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Man ist immer aufgeregt bei jeder Premiere und jeder Film, der rauskommt. Sollte um 7 Uhr aufwachen, ich bin um 5 Uhr ein bisschen wie aufgegangen und dachte, ich hab verschlafen. Wenn das dann zum ersten Mal den Menschen gezeigt wird und die so ihren Senf dazugeben können, ist das natürlich spannend. Moritz ist einfach ein großartiger Schauspieler. Er hat super viel schon gemacht und hat sehr viel Erfahrung und kann daher auch viel erzählen. Und Dennis, ja, das ist einfach schön mit ihm zu arbeiten. Er macht sehr wichtige, schwierige Filme, aber er ist nur ein Kind. Wir hatten wirklich Spaß. Und es ist immer spannend, welche Sachen er bearbeitet. Wer die Fingernägel abkauen will, der muss in diesen Film reingehen, weil da ist er goldrichtig. Weil es ein spannender, packender Thriller ist, der aber gleichzeitig einen Unterbau hat, der durchaus mal ein Gespräch wert ist und den du momentan, glaube ich, jeden Abend nach 23 Uhr im Fernsehen nachvollziehen kannst. Wie umsonst ist er das, was er ist. Es war mir eine riesige Freude. Der großartige Moritz Bleibmann. Frisch aus den Fängen des russischen Reimdienstes, aber er hat auch mal gekämpft. Das war's! Na zdrowie! Untertitelung des ZDF für funk, 2017